Hallo meine Lieben und Willkommen bei Tricana Discovator 100% XP Mit dem Kingsplay Greift die mich an? Ne, Entschuldigung Herzlich Willkommen mit Sound, wie man hört Jetzt hat die Codierung allerdings ein bisschen Problem, da stellen wir gleich ein bisschen ein Den Sound habe ich tatsächlich über Windows, warum auch immer der da Ausgestellt war, ich habe keine Ahnung Das ist schon fast ein Ding zu laut Machen wir die Zähne im Hintergrund, warum wir es nur haben Und ich habe meine erste Stadt gefunden, siehst du, guck mal, die bauen da schon Also ihr seht, ja, ich kann darauf zeigen, wie ich will, ihr seht es da drüben Da, da wird ja gebaut Von ganz allein, ohne dass ich was mache Niesi, er fängt ja auch an zu bauen Pantomime It's magic Und dabei, wenn ich jetzt dabei helfe, wird ein Haus gebaut Mach ich jetzt auch gleich Und ich muss auch noch dazu sagen, eigentlich ist es nachts bei mir, deswegen ist die Karte auch so dunkel Komm mal zur Fackel hier Und da ist noch ein Schiff gelandet mit sieben Siedlern Und die sind schon welche, die sich hier niedergelassen haben Das ist dann dieses Häuschen auf der Karte, das sieht man jetzt nicht Aber da muss man wirklich richtig, richtig, richtig weit hin und dann sind hier halt welche Ich kann mal, kann ich mal den labern hier Talk to David Ah, alles klar Wer ist der Führer? Ich bin der Führer Ich bin der Führer Ich bin der Führer Okay, gut Dann würde ich sagen, helfen wir ihm mal Jetzt zeigen wir uns mal das ganze bauen Es ist eigentlich nachts Ich habe nur Ich möchte euch mal zeigen, ich habe alles hochgestellt Kontrast ist sonst so Bei 100 Ihr seht schon, wie dunkel das jetzt im Hintergrund ist Bei euch ist es noch heller Bei meinem Licht ist es so So, aber jetzt Alles nur auf 100 Pappys ist Verdammt dunkel Ich sehe fast nicht mal das Gebäude Nur dadurch, dass ich das weiß Ich habe die nur durch den Fackel erst entdeckt Und habe mir gedacht, komm Jetzt muss man ein bisschen hoch Wir wollen ja hier auch was sehen Mal so ein bisschen, ne Lassen wir die Nacht noch ein bisschen da Ist in Ordnung So, jetzt helfe ich hier beim Bauen Jetzt muss ich bloß mal gucken, wie das nochmal ging Oh, na, David Du musst die Perkbilder Oh Wie kann ich Das hätte ich auch machen müssen Hm Okay Aber ich kann da craften Und kann mal sehen, was ich Ich Was ich craften kann Mir ist gerade Gewitter im Hintergrund Das ist auch schön Ich hätte mindestens Worker machen müssen Oder irgendwie sowas Ich kann ja gar nichts bauen Worker, Benjamin Alles andere kommt ja von allein Worker, Worker Worker ist schon verdammt wichtig Sehe ich gerade anscheinend Erstmal Campfire Die schaufeln da jetzt die beiden Ich mach mal noch ein Feuer hier neben Komm, zerk Too close to the structure Alles klar Alles klar Dann Abseits Okay, ich kann das ganze Fleisch essen Was also gibt an An ganzen Fleisch Wie viele Tiere es also auch gibt Oh, sieht lecker aus Mäuschen Und dann machen wir nochmal eine Hütte Für mich So und das hat mich jetzt mein Inventar, glaube ich, gekostet Gucken wir mal rein Ich muss mich mit der Steuer noch klar Ja Drei Holzherbeck noch Wenn ich jetzt schlafe Guck mal, die haben sogar schon ein zweites Haus gebaut Also sie sind jetzt dabei im Grundgerüst Und peu a peu füllt sie es Wenn ich jetzt das Ding Bilder hätte Bilder Bilder hätte Könnte ich da jetzt nur mein Holz ablagern Und dann wäre das Gebäude fertig Und dann würde ich empfehlen So kenn ich's Wenn du schläfst, vergeht auch die Zeit hier im Spiel Und dann brauchen die schon das nächste Und dann kommt noch ein Siedler Und so sammelt sich eben Das ist... Das macht Spaß Du siehst, wie sich das entwickelt Mehr Holz Schmiede und so Die pangen auch allein selbst hier an Also das ist Mücken Drei Siedler Zwei Häuser Sehr arm Find a suitable place for David's Tavern or Shop I'm looking for a good architect who can build me Das ist also sogar eine Aufgabe Reward 5 Punkte Ich kann aber nicht Start set the scaffold And report me about it Okay Jetzt möchte ich mal gucken Wo ist denn die Quest Schiff mit 18 Siedlern Haben die Insel erreicht? Wo? Muss man ins Feuer? Unten Okay Okay, also die Drei-Stunden-Regel Ist ja wohl verdammt schnell entgegen hier Oben links sind welche gelandet Jetzt unten bei mir Okay Krass Wie... Was ist denn Vigor? Habe ich gerade nicht auf dem Schirm? Ist das Durst? Kann ich mir hier was zum trinken? Kann ich tatsächlich gar nichts machen? Aber was kann ich denn bauen? Habe ich echt diesen Builder? Builder? Craft without a desk Wooden Plank Erstmal Selfmade Bow Wooden Plank brauche ich dazu Ah, es gibt XP Alles klar Okay, dann würde ich jetzt sagen Baue ich erstmal das Holz ab Und Schiff mit 7 Siedlern Ah, während ich crafte vergeht ja auch die Zeit Das ist ja auch das nice Also während man Craftet Vergeht ja auch die wirkliche Zeit hier Schön stehen bleiben Egal was man craftet, es vergeht Zeit So wie normal ja auch Wenn man etwas herstellt, braucht man Zeit So, Inventar ist voll Craftet auch nochmal Wooden Planks Zehn Stück Dann seht ihr wie die Zeit der Umfänge 100x Speed Mach 100 noch was Ein Bogen Oh lol, ein Bogen reicht Arrows Arrows Na ja, kommt 30 Stück Ich sehe nicht, wie die Zeit weg geht, habt ihr gesehen? Level Up Jetzt habe ich Lernpunkte erreicht Geil! Und ihr seht, die Siedlung wächst Und das ist Für mich, ohne es zu hypen Mega geil Die Stadt wächst peu a peu Die fangen an zu bauen Ah Mensch, ihr seid auch da Ist noch ein Schiff hin irgendwo gelandet Guck mal da oben Undescovert Da unten undescovert Wie viele Städte hier entstehen Das heißt, während ich eigentlich nur hier drauf konzentriere Am anderen Ende entstehen die Städte genauso Nun hier wahrscheinlich schneller Weil ich ja mithelfe Da ist ein Haus, da ist ein Haus Da hinten sind Häuser Und... Meine kleine Scheiße Und es wird alles mit Mauern noch Es gibt bald auch Kingdoms vs. Kingdoms Kämpfe und sowas Road Ach, die brauchen die Straße Okay, collect the new road Please wait Kenn ich nicht Road Entstehen jetzt gerade Straßen? Mal fragen, was der mich lernen kann Ähm Swordsman Traveler Butcher Pioneer Oh, Alter Nee, du nicht, Alter Hau ab Bist du hier? Talk to David Was kannst du mir... Hi David Grüße David Was kann er mir dann beibringen? Digge Gärtner Chopper Worker Da New England Housing Small World Sehr schön Das Spiel hängt Apropos hängt Ich speichere mal Das Problem habe ich damals gehabt Und dann war alles im Arsch Zack Kinghausen saved Und jetzt helfen wir ihm mal Oh lol Deswegen Hier entsteht gerade die Straße komplett von Anab War schon eine Stadt zur nächsten Stadt, wa? Ja, GG Das kannte ich nicht, Entschuldigung Naja, hau doch mal um da Das Haus mit auf der Straße Ja gut, ein bisschen misplaced aber Not enough words in the inventory Okay Okay Ihr seht Ist ein Schnieke In was für einer kurzen Zeit? Wenn man denkt, dass ich jetzt gerade mal wirklich zeitlich aktiv eine gute halbe Stunde dabei bin Wir haben einmal kurz, was ihr nicht gesehen habt, Unterbrechung hier Inventory ist voll, okay Woten edit Woten edit Und Putz Haus fertig Boah, Alter, hat er denn hier geklatscht? Können wir natürlich auch reingehen, ne? Ist nicht so Cooking Table kann ich jetzt Jetzt kann ich alles hier dann natürlich auch nutzen Öh, oben schlafen Ich kann schlafen, damit die Zeit wieder vergeht Aber das mache ich jetzt nicht, weil jetzt bin ich hier, jetzt bin ich heiß Das heißt, hier wächst ja auch wieder mehr Die Siedlung wird, äh Hardcore vorangehen Ach, die wurden Planks nicht mehr so viel Platz ein, ne? Okay, kann ich jetzt alles nicht, na egal Das Holz steht ein bisschen im Weg Komm, die Pflanzen können wir mal So, dann kann ich nochmal hier Nee, kann ich gar nicht Doch, jetzt noch gerade so Oh, der hat sich da hingesetzt, ist im Haus Okay, dann brauchen wir mal das nächste hier für die Jungs Erstmal um zu sagen, dann kommt der immer mal selber in meine Hütte Achso, weglegen Ohne Can build only houses or job givers one? Build only your house Ah, okay Das gehört also das Hauskirche für jemanden und das kann ich nicht Konnte ich früher Ich konnte früher alles bauen, also mithilfen Und hier Okay Das ist also dem, dem Besitzer Wieso das öffentliche Gebäude kann ich mitmachen Gar kein Problem Jetzt gucken wir mal Was ist denn Vigur? Hunger Und was kann ich craften, bitteschön Zwei Level house, natürlich Ich denke, ich bin mit wenig zufrieden Zirk So, komm her du Zirk Geht ganz schnell Aber jetzt ist die Musik wieder ruhig, jetzt ist nur das Hintergrundgeräusch Und ich 15 XP Alles gibt's wieder ein bisschen wat Wann ich wieder auf, achso Wann ich wieder auf Level Ja gut, da geh nicht jetzt mal hin und dann hol ich nochmal einen Schwung Ergst weg Putz, 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 putz Owner nobody Ey, ich bau da schon selbst, mein Junge Ich muss gleich mal gucken, was Vigur heißt Ich komm grad nicht drauf Schon x-mal gelesen, ich hab's aber verdrängt Vigur, Vigur Schaff mal halt mit Müde Also erschöpft Ich depp Erhunger, da nehm ich gleich mal ein paar Bären Und ich hab auch nen Bogen, ich kann die jagen Und GG Mein Haus Hat sein Eingang wo? Da Not for sale Nee, 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 für nicht zu verkaufen Okay Kochtisch Storage Oh nice Schwert brauche ich noch Sword Items So, sehr schön Geil Geil, da geht's also die Treppen hoch Und hier oben ist dann wahrscheinlich meine kleine Kajüte Sieht von außen riesiger aus Sleep Nee, noch nicht, aber erst wenn's nachts ist Es ist ja mittlerweile tags Ich lass es aber mal die Grafik so hell wie sie ist Um einfach mehr zu sehen Da ist dann auch wieder ein Haus hinzubekommen Wildberry 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 Es gibt XP beim looten, eh Zierk Zierk, Zierk So und hier sehe ich jetzt noch keins, aber... Oh, da war noch eine Stadt mehr in der Mitte, oder? Alles covered. Es gibt ja auch Pferde, die ich reiten kann, deswegen geht es nachher alles schön schneller. So. Uiuiui. Dafür, dass ich gerade mal alle Bären weggehämmert habe hier. Ich mache mir mal ein bisschen Reserve hier. Weg da! Spacko! Ah, Samen. Kurkuma. Kurkuma. Hier sind noch irgendwelche Korn. Seeds. Okay, da kann er schön was einsamen. Das sind Tieren hier, ich wollte schon sagen. Warte mal, Pusama... Samen. Okay. Noch ein Schiff mit elf... Alter, wo kommen die da an, hier? Da oben, bei der anderen Stadt. Könnte sein, dass sie sich niederlassen und dadurch die Stadt wächst. Oder dass von da einer sagt, nö, ich geh mal weiter weg und komm zu uns. Aber die Spawnzeit ist schon verdammt hoch, Alter. Die Insel wird denn ja so bevölkert sein wie... wie... wie kein anderer. Bei mir ist mir nur die ganze Zeit Gewitter hier, ey. Hier hat man seine Ruhe. Es wird schon wieder nachts. Da gehen wir mal ins eigene Haus und schlafen mal bis morgen durch, ne? Erstmal nochmal den Hunger ein bisschen stillen. Zerk, zerk. Und ab geht's. Gibt's noch eine neue Quest? Build a house. Build a house. I'm looking for good workers for my house. All you have to do is add some resources to the scaffold. Alles klar? Alles klar. Werden wir machen, aber ich werde erst mal schlafen. Das heißt, ich muss dem also bei dem einen nur mithelfen. Das heißt, ich sehe, es wird noch mehr gebaut. Das ist... ist... ist schon... es lebt bis zum Morgenraum. Okay. Ego 99. Ja, ja, siehste. Das war das doch. Wusste ich doch. Der Hunger ist aber auch ganz schön. Ja, ich brauche mal Fleisch demnächst. So. Moin. Na, schon mal fertig geworden, ihr Flaschen oder wat? Bist du dat? Ja. Sehr schön. Ihr Lieben, ihr seht, so ist es. Nächste Runde wird nochmal schon weitergehen. Ich hacke nochmal weiter. Gucken wir uns die Gebäude an und dann geht's ja noch schneller. Es geht ja also peu a peu schneller, je mehr Siedler ja sind. Oh lol. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Habt ihr Fragen oder sonstiges, haut es in die Kommentare. Ein Video, denke ich mal, werde ich noch machen dazu. Ja, doch, doch, doch. Wie ich habe gesagt, so drei Teile, also ein Testing. Alles Weitere werde ich wahrscheinlich mal offline machen, um euch dann ein bisschen mehr zu erzielen. Von daher... Jetzt bauen wir das. Gucken wir mal, ob ich eine Quest erfüllt kriege. Ich habe hier theoretisch erfüllt. Wilde Haushalte. I'm looking for a good worker. Das ist es doch, ne? Das ist doch für ihn, oder? Kann ich rein? Road, Krakowia. Ach, jetzt bauen sie wieder eine Straße automatisch. Deutsch kann ich natürlich nicht ran, ist klar. Warte mal. Briolfni. Ah, er war das. Gut, dann würde ich noch mal kurz ein bisschen weiterhacken. Habe ich dir falsch geholfen, aber egal. Das ist auch gut. Bis zum nächsten Mal. Macht nicht so doll. Und... Schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Musik. Vielen Dank.